ich muss immer früh die straße lang laufen zur arbeit letzten monate war es immer noch fünster wo ich gelaufen bin also landschaftstechnisch ist hier oben herrlich haltenberaubend dahinter seit november also kann man absolut nicht meckern der fluss wird langsam wieder auftaucht wie gesagt gerade auf dem weg zum arbeitsweg und wir werden mal schauen was hier passiert das ist die gegend wo ich immer zur arbeit laufe über die brücke muss ich immer da haben wir einen fluss es wird langsam mehr wasser bin auch schon bei der vorbereitung von meinem wagen wieder neu zu packen den werde ich euch dann später noch mal etwas direkt vorstellen manche kennen ihn noch mal alles durchchecken was noch so mit dabei haben was noch nötig haben brauchen und wir sehen was noch so uns alles erwartet bis später so so